Guten Morgen liebe Klasse und ein herzliches Salam Aleikum, denn heute fangen wir mit einem neuen Thema an. Unser neues Thema lautet Abu Dhabi. Okay, dazu gibt es gleich eine Aufgabe für euch. Ich möchte, dass ihr einmal die naturräumlichen Begebenheiten Abu Dhabis herausfindet. Ihr habt dazu die ganze Stunde Zeit und könnt dazu einmal euren Atlas auf der Seite 174 aufschlagen. Ich sammle das später, wahrscheinlich ist er noch ein. Na klar. Alles neu, ja alles ist so anders. Professor Nemo Namba wie Thomas Anders. Wir sind die Scheiß unserer Generation und heißes Neustart in der Zivilisation mit meinem Paläste aus Träumen. Und aus Hoffnung, die zurückblickt er was und bleibt es die Erinnerung. Am großen Schanzenloch, der Fall ist tiefer. Trotzdem muss das Gas wie in Burj Khalifa. Ich hoffe wir sehen uns wieder, egal ob Herrscher oder Diener, es ist endlich vorüber. Du denkst, Schule wäre eine Sackkasse. Bist so weit, ist so weit der Sparkasse. Am Ende könnt ihr die Stühle hochstellen. Der Text hier ist safe mit. Prüf doch die Clem zum Abschied. Heißt es zusammenzurücken. Bin zwar kein Kamele, aber habe Scheiß im Rücken. Danke an Familien, Lehrer, Eltern und Freunde. Wenn ihr nicht mehr viel von uns seht, wir halten euch die Treue. Ich hoffe wir sehen uns wieder, egal ob Herrscher oder Diener, es ist endlich vorüber. Ich hoffe wir sehen uns wieder, egal ob Herrscher oder Diener, es ist endlich vorüber. Ich hoffe wir sehen uns wieder, egal ob Herrscher oder Diener, es ist endlich vorüber. Ich hoffe wir sehen uns wieder, egal ob Herrscher oder Diener, es ist endlich vorüber.